Oh, verpiepste Piepse! Ich hab schon wieder die Zeit vergessen! Ah, guck mal! Nur noch die drei der anderen. Ja, schön. Ich hab nur gerade keinen Sauerstoff, also ist mir das gerade egal. Warum hast du denn keinen Sauerstoff? Wenn ich hier irgendwo rumstehe, ist das kein Wunder. Warum stehst du denn irgendwo rum? Wow. Klar, alle wieder. War doch klar. Es war klar, dass wir alle gemacht werden müssen. Willst du schnell ansteigen oder nicht? Okay. Ja, was ist jetzt Centus? Fahr woanders hin. Tschüss. Nicht da lang, wo ich gerade lang gehe. Echt? Ach, den willst du machen, oder was? Der kommt da halt gerade schon hin. Oh, jetzt komm ich mit dem WoWer nicht dahin, oder was? Die bringen, dass die weiter weg sind. Ja, ich brauche einen WoWer, meiner ist gerade einen Schrott gegangen. Die anderen vielleicht nicht, weil wir nicht vorher irgendwie hatten. Oh, jetzt hat der mich aufgehalten, ernsthaft. Luft. Oh. 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 Hey, jetzt hier. Wollt ihr mich verarschen? Die packen die Dinger auch so komisch hin, ne? Ja, normal. Verbrennen. Okay. Ich gehe nämlich das ganz zweite Ziel da hinten. Hm, ich gehe schon zu den anderen, wo wir... Das sollte man schaffen. Oder das erste hatte ich. Bye. Oh, jetzt müssen wir den Sprung geschaffen. Oh. Bitte nicht, verbrenn nicht, verbrenn nicht, claptrap. Wow. Die Volksbefreiungsarmee wird hier so schnell keine neuen Plakate aufhängen. Hoffe ich. Scheiße, da ist kein Auto ab. Naja. Ich halb hier ganz kurz. Ist schon wieder kein Sauerstoff? Ist ein bisschen gemein mit dem Sauerstoff, ne? Was soll ich so heute zu dir hinrennen? Was ist auch nicht? Zu mir kam. Ne. Du stinkst. Äh. Warum eigentlich am Karten? Weil du kannst an manchen Kartenrand da gar nicht hochspringen. Äh. Wie bist du hingekommen? Hm? Ach, Täter. Ja, du bist ein Witz, weil es den eher machen können. Ich wusste das auch eben gar nicht. Aber egal. Ah, du bist an der Nase. Wie ging es? Ja, schön. Wow. Ich sagte, wir sollten die Plakate in der Stadt mit aufhängen, damit die Leute sie sehen. Aber da würden sie nur abgerissen. Und wir haben die hier für teures Geld laminieren lassen, falls es mal regnet. Wenn ich es so bedenke, hatte Gabi eine Menge schlechte Ideen. Geh zum schwarzen Brett, dann zahle ich dich. Ja, bezahl mich, du geile Sau. Ja. Wow. 3 Sekunde zur Früh. Gerade kommt Karen. 3 Sekunde zur Früh. Gerade kommt Karen. Oh, hey Karen. Gebet gefällig? Ist auch glutenfrei? Wir haben ein Prisma aus 3. Erledigen Darksider 20. Okay. Okay. Das ist da hinten. Okay. Jaaaa. Joa. Hallo. 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 Guck mal, falsch. Guck mal, die Tab-Taste. Ja, müssen wir da hin. Oh nein, nicht die Viecher. Nicht die Viecher, ich will nicht. Oh, die sind richtig nervig. Wahrscheinlich eh falsch. Irgendwie lang laufen. Oder ist das unten? Da bist du. Ich schick dich auf die dunkle Seite. Halt's Maul. Ach, da sind die Prismas, oder? Nein. Ah. Lalalala. 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 Wo bist du da jetzt reingekommen? Vorne. Ah. Da. Ja, ne? Äh. Nö. Da, wo das Auto steht? Ja. Da ist ein Weg, wo man reinkommt. Nö. Klar, du bist blind, ne? Bist in den Eingang? Da ist doch nicht das Auto. Ich weiß noch gar nicht, wo du packst. Hä, davon. Bei Autopack hätten immer noch. Habe ich doch nicht drauf geachtet, wo du packst. Hä, du bist damit ausgegangen? Nö. 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 This is how we do it. Was gibt's? Äh. Und clap job. Oh, scheiß Waffen, ey. Na um. Zabe ich doch nicht raus. Ich help ihn weiter. Töme tödödödödödödöd. C upser. Oh, ich müssen da irgendwie was haben. die waffen ich könnte bei den waffen kotzen hier irgendwie gerade volle könne so wenn er noch hier machst du fingern okay du doch halt stehen ach ja komm ich nutze nicht mehr doppelsprung ich komme da nicht hoch ehrlich ich komme dann ja ich fliege aber nicht so hoch man bist du schlecht muss sie darüber rennen oder was ich den verarschen und nein ich fliege ich fliege immer davor her ich renne schon auf die sprungverform darauf zu fliege immer davor bist du schlecht ich komme da nicht hoch weil ich natürlich so weit runter keine gegner sind ich will mich grad voll verarschen komm mal schnell zum fahrzeug schaffe ich nicht nur ich bin dort dann ich komme nicht hier hoch das ist das schlimme meine cpu auslastung ist ganz schön hoch was ist das für ein kack mit mit der schwung kacke hier ich brauchte nur drüber rennen hallo guck hier ich komme nicht da hoch auch nicht mehr oder das ding deaktiviert hat so ein ding deaktiviert ist du hast es kaputt gemacht ich hab da nichts kaputt gemacht ja das hast du vorher schon nein bevor wir rüber gesprungen sind du vogel das ding ist im arsch oh im arsch jetzt müsste das funktionieren ach wir müssen das sag doch dass man den transmitter nochmal anballern muss hab ich doch gerade geguckt ob das so geht du vogel weiß ich doch nicht ich bin mein freund hier holen wong alter nein alter was ist die waffen ne komm schon man kalt alter das ist doch nicht gib mir das leben ich brauch das leben ich brauch das leben nein wo ist meine energie hingeflogen das stimmt ne passt das na das passt noch egal nämlich auch wieder komm gib mir nur bot danke oh nein alter Die Gitarre